Das ist hochnotpeinlich, was Arminia Bienefeld hier abliefert. Capino und Hüsing mit einem amateurhaften Missverständnis. Und der HSV wird eingeladen, der Ball wird verschenkt. Königsdorfer steht völlig frei. 0 zu 1, 28. Minute. Also ich kann mich immer nur wundern, was hier auf dem Platz gezeigt wird. Das ist wirklich überhaupt nichts. Und so ein kapitaler Bock entgegen in eine Mannschaft, die da nur darauf gewartet hat. Also 0 zu 1, 28. Minute durch Rensford, Jeboa, Königsdörfer. Eingeladen von den Herren Hüsing und Capino. Ich weiß nicht, warum der Torwart den Ball da nicht wegschlägt. Ich kann nur mit dem Kopf schütteln. 0 zu 1, Arminia katastrophal in der Abwehr.